Die zweitgrößte Buddha-Statue in Japan ist der Daibatsu von Kamakura. Sie ist 13,3 Meter hoch und geschätzte 93 Tonnen schwer. Die Bronze-Statue stammt aus dem Jahr 1252 und stand ursprünglich in der großen Halle eines Tempels, der jedoch schon im gleichen Jahrhundert durch einen Tsunami zerstört wurde. Die Bronze-Statue ist 15,4 Meter hoch und geschätzte 9,3 Meter hoch und schäuze. Das ist die erste Stattung für die Züge, die die Züge und die Züge ist, Vielen Dank.